Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, einen noch unteren Lego Basic World. Und ich werde hier auch mal jetzt alles kaputt machen. So, jetzt kommen wir aber nicht mehr raus. So, in der letzten Folge sind wir ja hier in dem Gehege vom Dino reingegangen, weil er ja anscheinend weg ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass er nicht weg ist, weil ich habe den Film gesehen und ja, ich habe mir ja alle Filme von denen angeguckt. So. Da. Es hat versucht, sich freizugraben. Deswegen haben wir das Fundament ja so tief gesetzt. Können Sie uns zu diesem Gerüst hochbringen? Klar. Okay. So. Erstmal hier immer alles schön kaputt hauen. Oh, geil. Na, ich komme da nicht rüber, schade. So. Oh, das ist das Ding. Oh. Okay, well. Nein! Gut, dann gehen wir mal hier rein, ne? Ich finde einen anderen Weg für Sie. Sollten wir es dem Indominus Rex wirklich leichter machen, die Wände zu erklimmen? Der Zug ist abgefahren. Und frisst bestimmt schon den Nächsten. Danke! So. Hat sie das rumgeworfen? Ja. Ach, ich kann das gar nicht bauen. Wo? Zurück. Also tiefer gegraben, als wir dachten. Wie kommen wir hier rüber? Wie kommen wir jetzt? Yet. So, jetzt. So. Gehege 11? Hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11, hören Sie! Was ist das Problem? Er ist im Käfig. Mit Ihnen zusammen! Hm, hab ich doch gesagt. Wenn er T-Rex-DNS besitzt, kann er vielleicht nur Bewegung wahrnehmen. Also ganz langsam. Oh Mann, wir sind erledigt. Wir werden ihn gefressen. Hier wird niemand gefressen. Wollen wir wetten? Aber sicher. So. Machiert mal, es kaputt. So. Es gab einen Kurzschluss. Alice, benutze dein Schockgewehr, um den Strom wieder anzustellen. Na gut. Okay. Da! Sie schulden mir 5 Dollar! Bleiben Sie da! Irgendetwas muss es hier noch geben. Geil. Was brauche ich jetzt? Hä? Was soll das sein? Was soll das sein? Ja. So. Versperrt den einzigen Ausgang. Dann müssen wir ihn da weglocken. Gibt es einen Weg auf die Aussichtsplattform? Vielleicht. Jetzt muss ich das überprüfen. Nee. Ja. Zack, zack, zack. Von. Bum, 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 bum. Oh, nee. okay Essenszeit Jo. Ja, los, öffnen Sie es. Ja, ja, ich weiß. Es öffnet sich, schnell. Der kommt da nicht durch, oder? Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.